Yo Leute wir sind wieder zurück mit dem Wilms auf Village und mehr spielen Absprungszone jetzt habe ich es alter mit dem Wilms auf Ja, Wilms nochmal auf Village ab und 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 zeichnet sich eine zone Oh ja, oh ja, oh ja, so will es noch mal ganz kurz zur erklärung es gibt einen roten kreis den du einnehmen muss Umso länger du in diesem kreis bist umso mehr punkte gibt es das team was am ende sieben was zuerst 7500 punkte hat hat gewonnen Mein kreis ja und du musst und du musst du du kriegst auch Belohnungen du du christian hervorräte mal wenn du wenn du halt lange im kreis liegst So sieht das aus das war jetzt die toboerklärung Ja gut dass erst mal alle in die falsche richtung rennt das ist hammergeil ich renne richtig sehr gut ich werde es mal gleich Und ich lieg schon mal drinnen vorräte verdient hammergeil Bin dabei du bist dabei ich bin dabei du bist dabei wir sind dabei uns zu verlieren So hier war doch hinten einer den habe ich doch gesehen Noll hinter mir uns hinter uns hinter uns Warum warum haben die spawns gewechselt alter Was kann es denn ganz schön überraschend kamen Auf einmal stehen die hinter uns das war immer im mega und cool Mega und cool Ja das war wirklich mega und cool Okay, ich habe soweit vorräte wieder mal vorräte Nicht nicht die war verwechseln aber es hat der drohne aber ich gekriegt aber hammergeil setzt sie ein sofort aber ich sehr geil Erledigen aber ich kämpfe hier gerade so dermaßen ist der hammer die politik Und bis jetzt sieht es echt gut aus für uns absolut absolut Ich bin ich habe widescreen ich sehe nichts mehr ich habe Fast zweites gehen und sehe ganz viel echt haben wir cool Ich würde mal sagen bald kommen die wieder von anderen seite und es ist neue neue absprungszone Ich bin tot und entlochen uns mal Ich habe doch in meiner auf meine verbesserte aufgängszone noch nicht aktiviert gab es Die kämpfen da aber schön ist der hammer Feindliche aufgängszone So so der war dann mal dead Der ist auch dead und bin tot Und so sports haben gewechselt Was will was solltest du sagen bin nett du bist nett Ja, weil du hast sagt ich bin Achso okay und ist schon wieder ein neuer punkt Ja, war ich auch gelingen aber ich hole mir noch die vorräte die hier rumstehen Ja, mach das Ballistik Weiß das ist ne tasche Ach da hinten ist der punkt boah am arsch der welt ey wirklich Feindliche vorräte Feindliche vorräte Lol Alter die kämpfen in dieser höhle das ist der hammer So wir haben wieder den punkt soweit Und das war es das war es auch schon wieder mit diesem punkt Leute Neuer am arsch Alter Ich bin mir die beste ganz richtig gelegt Und äh alter wie das hier abgeht Der hammer Oh fuck Hallo Du warst schon wieder tot Lol Da hinten ist jetzt die Asprungszone Wieso kriegen die eigentlich nen Heli man Ich hab schon so viel gekriegt und kriegt kein Heli Ja das ist halt immer ne Ist halt random weißt du Unsozial Ja 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 Auf jeden Fall unsozial Aber ich bin jetzt auch mal in der zone Feindliche Tiefkrieger jawoll Römer schön punkte Ich bin oh ich bin erster du bist zweiter So muss das sein Vorräte verdient Waffenlevel Nein ich wurde von der kiste erschlagen Scheiße Bin auch gestorben Ah das war ja mal so hammeröde Mensch äh ohne Ding ist geht gar nichts Ohne was Ohne was Ohne Ohne rechts oben Links oben Was Mensch Radar hier Ach Radar 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 Ohne Radar Ach nein Oh was mach ich denn Oh das gibt's da wohl gar nicht Da hab ich noch Fast getötet Aber fast Fast ja Okay ich bin auf dem Weg zu dem Punkt und ich bin da Ich hab ein comeback gekriegt und ich bin auf dem Weg zum Punkt und ich bin Ah du bist du bist den gleichen Weg laufen wie ich Hammer geil Und alter Und alter Ich bin gestorben Ich hab mich bekommen und da bin ich weggeholz Okay Ja so was ich bin was passiert Bin schon abgestiegen Mein skill ist halt ausgespielt Danke mein skill ist nicht mehr vorrätig ich brauch wieder ein Vorrat Leute ich hab hier nen Fernlenkeschutz gemacht aber das hat mir jetzt nicht viel genutzt weil das gleich wieder zerstört wurde Alter feindliche Tieflieger Ich wette du bist tot Ich bin tot Genau Okay aber nicht nicht von den Tiefliegern Lol wo war er denn Du bist von Von einem Schuss gestorben So Wenn man die Snipern kann dann sollte man es lassen oder was Ja 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 bin ich ganz deiner Meinung Ich war gerade ein Sniper der hat nichts hingekriegt ey Ich muss sogar Nachnamen freuen Der hat mich nicht gekillt ey Ne Haha Das ist natürlich Hammer bitter Alter hier Hier kannst du aber bloß die Sem-Tags benutzen alter Das ist der Hammer Die Semi Die Semi Wolfgang Semi Na was Ja Der schilde ich da mit dem Mg Nein 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 Ach oh nein Alter 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 was ist hier los möchte ich sagen Ah das möchte ich immer auch wissen Das ist nicht so schön Lol Abgeschmiert Lol abgeschmiert Ich bin rausgeflogen Ich auch Echt Ja Keine Netzwerkverbindung entdeckt Sie benötigen eine aktive Netzwerkverbindung Lokal online zu spielen Aber das war voll scheiße Wir waren erster und zweiter Und dann kommt es nicht mehr ganz Ja das haben sie mich einfach rausgehauen Ja ich habe dich nochmal eingeladen War ich gesehen habe ich gesehen Ja ja so gut sehr gut sehr gut Oh ich habe neulich meine Eine Einladung kriegt für Battlefield 3 Ja das war es natürlich auf jeden fall zeitnah Ja ja genau genau gestern war der 12.1. Kann man sehen wie lange wir produzieren Ja genau genau wir sind voll dabei und so Ist ja nicht so dass wir hier gerade auf dem für morgen Ist ja egal Ne das stimmt nicht Wir haben noch schon ein paar folgen heute Ja ja ich meine bloß Ich meine bloß Wir sind noch in der gleichen Aufnahmesession Wo die erste Folge morgen rauskommt Das ergibt keinen Sinn doch Ja ich weiß Er macht schon Ja ja stimmt Das hat gar keinen Sinn angeben Ja wir machen nochmal Absprungzone ne Nochmal Absprungzone Ja ich wollte eigentlich Geht ganz schön lang die Runde glaube ich Oder Ja 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 Zu so einen anderen Runden Ja ja also Absprungzone geht schon relativ lange Wenn du halt ausgeglichenen Teams hast Mit Hardliner brauchen sie einen Abschluss weniger für Abschlusssehung Ja so sieht das aus Gut gelernt oder Ja ja hast du bestimmt gerade vorgelesen Hab ich von Wikipedia auswendig gelernt Ja von Wikipedia Ja Wikipedia Wikipedia Ja Oh Gott ich weiß gar nicht welche Die Pipi90 m1 ist hier wahrscheinlich ganz ganz schlecht Die Pipi90 in der Hose Ja ich habe 90 Pipis in der Hose Iiii Ist ja immer viel Ja ich habe mir Ich habe mir Eingepiept Als ich hier Vor Aufregung Vor Aufregung Fast gestorben bin Du läufst aus Genau Und ich habe mich ab und zu doppelt So Erster Kill Ich bin fast tot Ich bin tot Verschmack in der Absprungzone No den habe ich nicht gekillt Lol Jetzt gehen die Ja jetzt gehen die da oben schon ins Haus Alter Jesus Hauscamper ey So ist es doch zum Kotzen Wir haben die Führung verloren Mama Dankeschön Für die Predator So Ja das Problem ist Dass die alle nicht da sind Wo ich sie haben will Wahrscheinlich Ja hau dir einfach rein Ja hatte ich doch Weil du gebraucht hast No von hinten alter Ich glaube es nicht Ok Absprungzone Punkt hat gewechselt Na und so Wirst du Bescheid Ja haben wir wissen Schwäßig Gut 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 Leulich hängen No 1 Vorräte verdient So das war meiner Ja wenn ich extra Ausnahmung damit damit sehr komisch damit ich nicht gängig gütet werden Na ja was passiert Ich kann direkt in Arme von den Typen her Ah das ist das natürlich sehr gut Absolut Absolut So muss das sein Oh bin ich so ein scheiß Camper Das ist der Hammer Jetzt mal doppelabschlust Das ist ja mal richtig nice Da wo ich mich töte von oben Das macht sich scheiß Ja das ist geil So muss das sein So muss das Und ich Gehe hier gerade ein bisschen ab Muss ich sagen Gehst du aus ja Ja man Man läuft richtig Also ich habe Ich habe die gesamte Abstimmung So überlebt Die Die zone Da ich habe Ich habe Ja ich bin einfach nicht einmal gestorben Loil Alter Das ist ein Megapro Wie sieht da MSR MSR Du brauchst du MSR ne Nein Oh MSR Ja ja Da chillt einer Wenn der MSR Das tierisch zum Kotzen Das voll gut ey Leute Was hast du jetzt schon wieder gemacht Ja wir waren Miss gefehlt Ja Nein Wir waren Vom welchen team Kommen uns entgegen Ja Und beide schießen Im Moment Weiß wir dachten Gegner Oh ja So muss das sein So haben wir das Ding mal kaputt Ja ja ich bin nicht ich bin schon wieder drin 15 zu 4 habe ich einfach mal sofort tot Das ist das nicht mehr lustig Nicht mehr lustig Ach das gibt es aber nicht Ich habe voll viel Kuchen auf den gezogen Zimmer der nichts schlägt ein Loil So Oh fuck da vorne war noch einer scheiße Mit einer striker Ja klar So da hinten kämpfen wie sauer Ja ja die Käpt'n da richtig Kann ich auch verstehen würde ich auch machen Ach du scheiße ist das ein Pro Okay zum Glück hat er daneben geschneit Das war richtig gut Der tut er ja nicht mehr Ich würde mit deiner Kappen So das war es jetzt mit dem Geschütz Ach komm Ja das ist doch nicht mehr lustig Ja das ist noch auf der anderen Seite noch ein Sniper Ey das gibt es aber gar nicht Hier ist noch nicht damit sterben Boah Ja das ist Die ist hart umkämpft durchaus Ja Loil neue Absprung So Keine Bock mehr ey So weiter geht es hier Nein Oh was mache ich denn So weiter geht es hier Also PP90M1 gefällt mir irgendwie immer besser Oh fuck Skiman Ich hab die Skills man du hast das geschützfalt umgestellt ich habe dann war das ein anderer der der das geschützt hatte in der tat ja von hinten ist ein sniper das ist doch zum kotzen auch kommt aber auch noch mal ein sniper hat mich haben dass man das mal sein ach so man muss denn dieser sniper immer ja alter dieser sniper macht mich gerade fertig wenn diese kacken aber die mehr hat mich auch weiter aber wirklich tierisch ist der hammer aber auch den dreihunderten was 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 alter wie viel schütze ich gebraucht habe was ich habe die granate noch nicht geworfen alter scheiße scheiß die wand an auch kommen auch nee alter also jetzt läuft ja gar nicht mehr begann ihm erst ein paar zählen wir gestorben alter dieser drecks sniper so ein dreckssniper wirklich kaum kill ich ihn werde ich von jemand anders gekillt so das war meine und absprungsohn ist jetzt oben 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 So, wo sind die, die Wichser? Da hinten ist einer. Oh, komm schon. So eine Nutte, ey. Was hast du gemacht? Weiß ich warum. Weiß ich wie. Mal geil. Das war ein Volltreffer. Ach, am Arsch. Also die Runde läuft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lol, jetzt bin ich wieder tot. 16,21 läuft bei mir. 16,21? Schon schlechteres gesehen. Aber auch schon. Aber irgendwie mal schießt gerade am Himmel da. Na, das ist ja mega und cool. Jetzt stelle ich in der Abschlusszone, die ist direkt bei mir gespawnt, ja. Und dann werde ich getötet. Na, das würde mich ja schon so ein bisschen ankotzen. Ne, ne, das ist genau so, wie ich freute. So wolltest du das? Lol. Da messert der mich. Lol, du bist der letzte Kill. Ja. Oh, ich bin mal wieder. Alter, warum bin ich denn jetzt so gut? In den anderen Aufländern war ich immer so so schlecht. Ich bin nicht jetzt okay, danke. Das bin ich nicht. Ne, das bin ich. Nein. Du bist der letzte Kill. Ich war der letzte Kill. Ach, nö. Ach, nö. Du bist in der Lobby. Also in unserer, doch, allgemein in der Lobby sogar. Echt? Allgemein? Ja, allgemein. Boah, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Boah, das ist ja voll cool. Kann man doch mit Leben, oder? Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ne. Tschüss Leute, host the rain und bis denne. Ficken. Äh. Es geht in ㅋㅋㅋ